es geht weiter mit die buffalo und der wolf ist auch dabei hallöchen wir wollen nicht wollen ein bisschen buffalo weiterspielen ich bin auch bisschen privat mit weiter buffalo weil nur aufnahmsession schiffe zu spielen ein bisschen privat weiterspielen um die 10er schiffe zu präsentieren was ihr so erspielt aber im lauf des jahres spiel für mich sehr erspielt habt und meine eindrücke sind der lieber schalke sonst immer mitspiele immer auch so mit unserer aufnahmen mitspielen er bricht die desmon relativ sehr stark ich habe das gegenstück die selben die selben ist so kann man sagen die ist die buffalo die desmon und ich finde das ziemlich ziemlich sehr krank 4,8 das fühlt sich an fast wie beinahe zerstörer mäßig an also schon ein bisschen heftig die ich habe ja die hitburg als gegenstück auf tier 10 und da habe ich hier auch die gleichen kaliber habe ich 10 sekunden das fühlt sich mehr als kreuzer an aber die desmon ist schon ein hausnummer anders sagen deswegen ähm äh wo hab ich nicht meine buffalo ähm da ja und ich hab hier mal ein video gesagt die wuschla habe ich mal und würde ich gerne mal fahren äh ja der neuner ich weiß nicht das ist ja so komm ich heute komm ich morgen ich hab hier tränker zünder geskillt und spreng und äh springmeister beides wird irgendwie reduziert ähm weil ich denke mal die desmon wenn man die wuschstatt kann man muss man den umskillen weil die äh die wuschstaben bist du nur am dauernd ballern es ist mehr kugeln in der luft und ich glaube springmeister lohnt sich eigentlich für den schiff fast gar nicht mehr so wie sagen ich das schiff spiele ich nicht ich will die buffalo äh jetzt warum komme ich auf buffalo immer alter ich glaube ich bin ein bisschen unumschweifel naja wir sagen die runde startet du spielst mit den kitzern ich sage mir dazu die katze dazu ja so ist es so heftig wie eine katze oder so zickig wie eine katze ich also nehme mal weiter kuchen bei viel oder ist was haha viel spaß haha viel spaß die cv mann meine arme nico ich kann ich kann mich ich kann mich halbwegs wehren mit meiner flugabwehr du hast mich ja nicht und dann bin ich auch noch der einzige der schmeckt echt nur warm der schmeckt richtig gut wenn das Ding warm ist ich finde meint kuchen sollten müssen warm schmecken die richtig geil damit habe ich schlechte erfahrungen gesammelt muss ich ehrlich sagen so eine apfelstrudel schmeckt richtig geil wenn es richtig warm ist ja apfelstrudel aber wenn du eine heiße waffel isst oder so weit weißt du was ich meine gerade habe ich schon schlechte erfahrungen gesammelt warum werde ich sagen jetzt die zunge verbrannt oder was nein ich habe mich vielleicht auf die unterlippe gebissen habe ich so ein Stück Kuchen und dann habe ich das reingestoppt nennt man auch selbstbestimmelung was denn selbstbestimmelung ja wenn man sich selber verletzt tut ja aber selbstbestimmelung ist wenn du es absichtlich machst hm wer rammt hier nämlich schon wieder ein blödes so scheiß komische komischen friedlicher schrecklicher hier ja was geil so ein tscheche hier das ist hier rechts vor links hier und hier unten wenn ich wieder der nächste sechste Pott hier hat hier erstmal fett hupen hier wie ein deutscher immer immer hupen hey du hättest mir ein paar IP abgezogen gleich verstärken äh der geht nicht jetzt davor er sucht dich soll er mal suchen hm ich sag soll er mal suchen da braucht er lange konntest du nicht machen meine fragt nämlich aus oh baffe ja warum denn nicht ein ein Radarschiff reicht ja nicht da muss ich mal gleich beide Radarschiffe es sind mehrere Radarschiffe ja ja ich habe es gesehen aber trotzdem auf der seite jetzt hier ja und und auch die und hier und da und da und so die Igelflagge ja Tja ja auch die Igelflagge ja auch die Igelflagge aber vor die Wust haben finde ich ja die Scharktanung fand ich besser als die klugt haben die starnung nächsten samstag habe ich wieder frei aber ohne scheiß wo ich samstag gearbeitet habe das war unnormal da kamen so viele leute an ich wusste nicht wo die ganzen scheiß lassen soll wo ich das eis eingeladen habe ich musste extra meine scheffen bescheid sagen und sagen chef nicht alles mit es bleibt bleibt was okay kein problem weiß bescheid ich bitte sachen eine eine seite und holen wir motor gab alles klar ein kock wäre so pushen doch ein bisschen heftig ein konkurrent push war nicht ich komme quere sie eigentlich viel zu weich fürs pushen 900 damage gemacht und unser alaska ist fast da und ich habe die alaska auch als gegner gehabt meine pappel aber ich finde die alaska viel zu weich das ding frisst viel zu viel damage kommt mir zuvor wenn die die schüsse teils wenn die vorher ein bisschen verzögert auch angezeigt kommt mir zuvor wenn ich die schüsse relativ verzögert bei mir angezeigt werden guck wer ist echt am pushen jawohl brenne brenn 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 konkurrent hätte es lieber mit ap geschossen hätte es wahrscheinlich mehr damage gemacht das problem ist ja jetzt verdreht er weg ich muss mal rüber zu euch du quer ist am flüchten naja unser alaska ist fast da und ja ich kann noch ein bisschen beschießen mal ein bisschen mit api oh hat sich erledigt schon los ich überlege mir echt die alaska zu aber wie ich das so ansehe dass das ding damage frisst das ist ja fast ich weiß nicht in einer buffalo runde habe ich das ding siebenmal abgefackelt okay das war ein bisschen glück dabei war aber das war schon ein bisschen echt heftig ich weiß nicht dass es wirklich mehr glück war oder oder einfach nur zufall war eigentlich nur beides das ding mal beides war das mehr euer gegner war aber als später richtig sehr passiv muss ich schon sagen und da ist das ding gestorben brandstift hatte ich bekommen krass ok wenn der konkurrent auch noch drauf geschossen hat hey ich glaube hier als größer will darf ich mich hier nicht pushen ich glaube eher tödlich eher tödlich ich drehe mal wieder um das macht eigentlich keinen sinn hier zu pushen ich drehe mal wieder weg ich sehe Conqueror und Republik sind knapp zehn kilometer hinter mir und ich jetzt kreuz ne 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 du den kampf musst du gewinnen ich kann dir aus dieser Sonstanz kann ich dir echt nicht helfen boah ich schaff das schon ja du solln hinter dir so eine Desmond wenn er mitschießen tut dann hast du wahrscheinlich eine Chance muss er mal vielleicht mal sein Radar anmachen macht er wieder nicht ja jetzt ist das Moskau Radar an war halt so klar ne ja die Moskau Radar ist auch heftig er hat ja halt zwölf Kilometer ne es kann sein die Desmond schon Radar eingesetzt hat aber er das nur für sich selber einsetzen will ja ich bin tot scheiße nicht kannst eigentlich nichts dagegen machen ja ich bin tot wenn ich sehe die Desmond am flüchten ist ne wobei bei solchen Leuten kannst du ja nicht du hast genug für gut gemacht ja Junge wenn du kein Support gibst für unsere DDR hast du selber Schuld jetzt mach der Radar an was für ein ey das ist ohne Witz das ist lächerlich das ist jetzt richtig lächerlich das kann oder das kann sein der Radar auf cool nochmal ich weiß es nicht aber das ist schon ein bisschen lame das ist dafür habe ich echt kein Verständnis dafür boah was hab ich davon ah so weil ich mich anvisiert habe ok von den Schiffen bin ich relativ weit weg also trotzdem gute Frontpanzung hat aber dadurch das HE keiner schon au wer schießt auf mich wer schießt auf mich wer schießt ja bitte auf Distanz auf mich ich bin über 18 Minuten weg der fährt sich hier kumm schräg und trifft das Ding mal jawohl brennt ja durch das Feuer muss eigentlich da eigentlich drauf gehen aber klar dann kriegst du wieder das ist ja eigentlich nicht schlecht wenn der TV oder sogar uns Support gibt das ist ja eigentlich hinten ich weiß nicht ob den der auf Distanz treffe trotzdem relativ groß ist weil die Dinge sind auch relativ sehr schnell ja der Tritt weg kann ich nichts machen ja alles klar bei Eintreffer zünder mich gleich instant an jo alles klar wie schwachsinnig mit einer Kugel oder zwei Kugel tun die sich immer anzünden das ist sowas von lächerlich eigentlich von dem System aus jawohl die gekippt ja Ja, jetzt dreht der ein. Das wird ein Witz sein, oder? Ja, okay. Oh. Ja, war klar. Ja, ist klar, Junge. Ach, komm, ey, schon wieder abgefuckt. Was ist das für ein Scheiß? Ich kann mir jetzt hier nicht jeder selber, der mich abfallen kann. Ja, scheiße, ich kann nicht beschießen, weil der Zepp vor mir steht. Die Republik hat sich da hinten festgefahren. Und das war's. Der Republik schießt auch noch auf mich. Dann brennt ich schon wieder. Und das war's. Ja, ist das sowas für ein Lame. Und ich krieg den Scheiß-Kill nicht. Ist das lächerlich. Und ich krieg den Hünder dafür nicht. Womit krieg ich nur die blöde Zitadelle nicht? Ja, ja, ist klar. Republik holt den Kill. Das ist doch lame, ist das. Immer auf Wasser nähe gezielt und ich mache keinen Treffer. Ist doch total lächerlich. Anyway, ich kann mich alleine auszorben. Ich kenne mich nicht. Ich bin kein apartment. Ich werde das jetzt nicht. Du kannst mich nicht in der Unterlagenreihe. Du kannst dich nicht. Was? Oh, ja. Ich bin meine halt. Ich weiß nicht, ey. Ich habe jedes Mal gebrannt. Jede eine verkackte Salve. Ich war dauernd am Zünden gewesen. Ich wurde, glaube ich, achtmal abgefackelt. Jede Salve hat mich abgefackelt. Ist doch total nass. Wie kann es sein, dass die Gelöschtabgleich wieder brennen kann? Warum gibt es dafür keinen Cooldown dafür? Ist doch... Das ist doch völlig bescheidig. Da muss was vorgegeben werden. Mit den ganzen scheiß H.I. gespame. Kann nicht sein, dass die Schiffe mit jeder Salve sofort wieder brennen können. Das ist was für nass ist das, ey. Meine Fresse, ey. Ich habe hier 91 Mal geschossen mit H.I. Ich habe dreimal abgefackelt. Ich war dauernd am Brennen gewesen. Ich weiß nicht. Die müssen irgendwas mit dem blöden H.I. was machen. Oder bei den Schiffen, wenn sie welche Sektoren zerstört haben, da nicht mehr brennen, tun mehr. Bei den Schiffen gibt es ja komische Sektoren, ja. Das ist was für ein Lächerling. Ja, wir gucken uns das Ende noch an. Und wie fandst du deine Runde? Hortenschlecht. Ja, keine gute Vorstellung. Ja gut, ich habe einmal gecappt und habe 17.000 Schaden. Ich wollte hoffen, dass ich mindestens 10.000 EP kriege. Da ich ja noch diese komische asiatische Laterne als Tarnung noch drauf habe. Ja, ich glaube, du kriegst so viel. Ja, wie gesagt. Wie gesagt, ich finde, dass das Feuer, das heißt, du tropst nicht was dagegen machen. Aber ich finde, das müssen wir auch irgendwas mit HE machen. Du nicht so permanent im Grunde am Brennen bist, du nicht sofort gelöscht hast, brennst gleich sofort wieder. Das ist also schon ein bisschen zu krass wieder. Wir haben es ja vorher noch reduziert. Eigentlich dürfen jetzt eigentlich kein Schwein mehr sterben, aber der CFO hat den nächsten Kill. Paketen drauf und fertig. Ja, guck mal. Ich glaube nicht, der... Okay. Die Schnappheit sind auch auf Antia getrimmt. Weil der schießt über knapp fast 8 Kilometer. So kriegst du halt, der Kreis so klein bei den Unterstützungsflugzeugen. Ne, 6 Kilometer. Ey, guck mal bei den Fliegern zu. Die Idee hatte ich auch gerade. Es ist schon cool aus. Warte bitte, wenn du die Tops... Wie spät setze die Tops ab? Ich bin doch gar nicht noch nicht mehr scharf. Es ist viel zu nah abgeworfen. Und ich glaube, jetzt sind wir da wieder treffen. Ja. Und treffen wir die anderen? Auch nicht? Weil jetzt kann ich nicht schicken. Jetzt kann ich übrigens die... welche gute Zoffer auf die CV schießen. Oh, jetzt kriegt der Flugzeug in die Stütze. Ich dachte, hier kann ich gar nicht drauf gehen. Wusste ich gar nicht. Halt, das sieht übelst geil aus. Mit den Jagdflugzeugen, ne? Mega krass. Wenn man einen Eingriff machen will. Ja. Krass. Ich habe ihn nicht erwartet. Ja, die Jamba will mich die gute Zoffer holen. Aber er ist so gut in der Insel. So na hauptsächlich eigentlich nur noch für die Punkte arbeiten. Mal gucken. Aber er ist glaube ich auch noch viel zu nahe. Mal gucken. Ich habe diese Runde sehr oft gebrannt. Ich muss mir vorstellen, ich habe in der Runde siebenmal, siebenmal gebrannt. Nur von HE-Guys hat gespamed worden. Das muss ich mir vorstellen. Ich muss mir vorstellen, HE-Guys hat mir mit 14 Kugeln, 17.000 Schalen gemacht. Und der Rest hat mir die Republik mir gegeben. Ich bin neukommen über 20, äh, mit 20.000 und die Blinden-Sicke-Derry. So völlig bescheuert ist das. Siebenmal, jede Seil war, habe ich die Runde, wurde ich getroffen und gleich gebrannt. Ich weiß nicht. Die müssen irgendwas mit HE machen. Oder Brandwähigkeit noch mehr reduzieren. Hat doch schon noch was. Wie gesagt, hier bei den Schiffen gibt es ja verschiedene Sektoren hier alles. Wenn irgendwie ein Sektor komplett ausgebrannt, finde ich, wenn hier eine Sektor komplett ausgebrannt ist, da in diesem Bereich nicht mehr am Brennen ist. Das heißt, wenn hier, wenn man vorne trifft hier, und dazu noch die Sektoren komplett ausgebrannt ist, da überhaupt nicht mehr möglich ist, da irgendwie den abzufackeln nur. Das sind alle Sektoren, die zerstört sind, da mit Feuer überhaupt keinen Schaden zu geben. Ich finde, dass das mit den HE gesperrt ist, das heißt, echt schon lästig. Siebenmal vom Kreuz an siebenmal abgefackelt, dann hast du echt keine Chance mehr. Kannst du fast gar nicht mehr gegenrappen. Zwei Brennungen gelöscht, die Sektor sei wieder abgefackelt. Ich weiß nicht. Ich finde, dass das HE im Sektor etwas verändern. Ich weiß nicht, das gefällt mir überhaupt nicht. Und wie viel hast du bekommen? 16.000. Oh, das geht ja noch. Ob ich mir die letzten Container für heute noch? Ich weiß nicht. Dafür habe ich mir jetzt erst mal die besseren Torpedos gegönnt und die Modifikation 2 für die Reichweiter. Die Torpedos wollte ich mir gar nicht. Ich bin schon. Ein 12 Kilometer haben oder nicht haben. Oh, die Jubiläum. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend noch und schreibt mir eure Meinung zu. Finde ich auch, dass das HE gespame, auch mal irgendwas dagegen gemacht werden muss. Weil irgendwie was ordentlich ist. Es ist teils lustig, wenn man auch selber mit HE ganz am Schieß und so über 20, über 10 Abfuckler. Aber teils ist so, wenn man selber so oft am Brennen ist, ist das echt schon teils frustriert. Gerade gelöscht und gerade wieder abgefackelt ist das teils echt schon ja lästig. Ich weiß nicht. Ich finde, bei HE müssen die irgendwas machen. Wie gesagt, die welche Sektoren eingliedern. Wenn das Sektor komplett zerstört, also mal ausgebrannt ist, da überhaupt nicht mal ein Brennen ist und nur mit HE zu stören, wenn die kompletten Schiffssektoren alle zerstört sind, da dieser Schiff nicht mehr ein Brennen ist mehr. Das heißt, nur das Schiff mit HE damage macht oder mit AP. Ich finde, das wäre, glaube ich, die bessere Lösung, um das Brennrisiko zu reduzieren. Welche Schiffe in welche Sektoren einzugliedern. Das wäre eigentlich eine bessere Lösung. Ich schreibe eure Meinung dazu, was ihr so da verhält. Wir sagen, haut rein. Bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Tschüss.